so und so das ist gelöst letztes Terrain ich bin wirklich gespannt wie die wie die Ölindustrie funktionieren wird kann ja nur bis hier so und das hier so ich bin wirklich nicht glücklich mit wie es aussieht aber es ist nur für die Funktion so ich bin ignoriert wie die Aesthetik ist ja ich ignoriere einfach wirklich einfach jetzt für dieses mal ignoriere ich wie scheiße dass das aussieht ich will einfach nur Öl gewinnen aha Reichweite und so okay wertbare Ressourcen 400 Tonnen oh mein Gott eine der besten Entscheidungen gewesen Öl zu fördern aber kann es sein dass danach der das Öl weg ist also sprich dass ich nachher ähm ich weiß nicht dass nachher das Öl hier weg ist Wasserstand das Gebäude wurde geflutet und ist beschädigt ah oh das geht nicht okay ich habe verstanden dann machen wir jetzt folgendes Noten entfernen entfernen und dann machen wir jetzt Terraforming so Bahnen nein Terrain Höhe anpassen nein 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 was machst du mal hier für scheiße auf Benefs privat infiniell größe so ja nein Jetzt geht der Fluss dann hier lang. Hier machen wir das der Rahmen mal ein bisschen höher. Mal gucken ob das so funktioniert. Oje. Also das Terrain. Oje. Das funktioniert natürlich nicht so wie ich das gedacht habe. Oje. Leco mio. Sieht das scheiße aus. Terrain. Ebene. Ebene die Höhenunterschiede. Ja genau das. Oje. Oje. Was habe ich mir getan. Nein. 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 Das war die dümmste Idee. Ehm. So jetzt kann ja das Wasser hier abpassen oder? Oder nicht. Was passiert hier? Der Fluss geht zunichte. Ok. Terrain. Ebenen. Nein. Ich will dieses Loch hier zu machen. Muss ich jetzt hier zuerst ein Loch machen. Dann hier so rauf. So. Terrain angleichen. Oh man man man. Was habe ich noch für eine Shitfunktion ausgewählt. Das war nicht so schlau. So. So. As far as I remember water had the bug on release. Yeah. Yes. I think it's fixed. But in this situation I, 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 I terraform very, very badly. Really badly. Dein Fußgängerzugang. Ja. Was ist jetzt dein scheiß Problem hier? Äh. Äh. Durch Hochwasser zerstört. Das Gebäude ist leer. Dann ziehe ich es mal jetzt so. So. gut und ist das jetzt weg kann ich ja das wieder so hinziehen und hier müssen wir jetzt da angleichen so pending updates to our power grid the city will be experiencing rolling blackouts we urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events this has been a local public service announcement a driving advisory was issued for the immediate area due to poor road conditions ach so ja deshalb funktioniert das nicht jetzt geht es natürlich so und jetzt habe ich hier so einen komischen fluss gemacht dann können wir eigentlich hier so ein kleines kraft hier entfernung zu gering ich glaube nicht so es könnte besser sein aber für heute ist es okay nicht an der küste hä was aha ist das in ordnung was ich hier tue nein machen wir hier mal größer so entfernung immer noch zu gering ich weiss hier haben wir öl aber pfff Wasser gut dann hätten wir das ja geklärt so so jetzt muss ich dann hier mal schauen was passiert also der muss ans stromnetz angeschlossen werden der nächste strommast könnte hier ähm ähm ja sieht richtig scheiße aus das würde ich hier machen aber wer weiß eines tages wird der fluss wieder richtig fließen können naja bis dahin äh wenn man wenn man so flusskanäle wie im ersten teil bauen könnte dann wäre das richtig heftig dann könnte man das hier viel schöner gestalten das ist ein flusskanal der hier dann zum stausee fließt und dann kann man mit dem stausee dann äh ja aber aktuell naja soll es so sein 8 megawatt 9 megawatt 10 ja das schwankt halt jetzt ein bisschen mal gucken wie lange dass das schwankt aktuell machen wir richtig gut plus so na und hier wird gearbeitet oder wird hier nur faul rumge umgehackt ja wir haben angestellte das haben wir genug perfekt dann kann ich ja hier weitermachen mit meinen ölbohrungen und zwar wenn wir weißt du was ich mach jetzt hier eine schmale vor und äh so und zwar und zwar und zwar wir aber und zwar und zwar wirklich wir